Willkommen bei der Blockade auf Chantrila und wir sind endlich wieder in meinem heiß geliebten X-Wing unterwegs. Gott, ich kann euch gar nicht sagen, wie ich mich darüber freue. In der letzten Folge haben wir erfolgreich die Flucht von Fest... Ja gut, ist ja klar, wir sind ja hier, also muss es ja erfolgreich gewesen sein, abgeschlossen. Haben ein paar AT-P-Ds entführt, damit man sie nicht gegen die Rebellen einsetzt. Okay, man hätte sie auch nie in die Luft jagen können, anstatt durch eine riesige Horde von AT-ATs und Panzern durchzubrechen, aber gut. Die Imperial-Fürze versuchen, zu bombardieren und um die Stadt mit Wachbindern. Ihr müsst den Hover-Train schützen. Die Züge, die sie mit der Hand haben, müssen Chantrila erreichen, oder wir verlieren die Stadt. Dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad 117.28 Check your fire I'm hit, but not bad I'm hit Check your fire Inboundfighter to 10.13 I copy I've got a problem here Mein Gott, wir sind so viele Da wird es doch irgendeiner schaffen Mal ein bisschen zurückzufallen, oder? So, so macht man das Na ja, komm, 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 komm Jetzt will mir jetzt hoffentlich keiner von euch erzählen, dass ihr zu blöd seid, wirklich mal zurückzufallen, um auf Jäger zu schießen Help me out here I'm hit Hang on back there Ugh Rebel scum, this is Moss Gerden Your resistance is useless As you can see, I have blockaded the city And Candrilla is now mine You will surrender, or I will shoot you all down Na ja, imensin wets da Enemy fighters at Moss 2 I'm on it ona ja, imensin wets da č Oh! Auch toll! Schade, dass wir nur Imperiale haben. Na gut, um durch eine Imperiale Blockade zu brechen. Okay, macht Sinn. Sie sieht eher aus wie ein Exekutionskommando. Alles klar. Ich habe Angst zu sterben, weil ich nicht weiß, wieviel Leben ich noch habe. Gut, wiederholen Siem heraus. Also das ist ganz schlecht für meine Work-Life-Balance, ich möchte es nur gesagt haben. Das war's für mich. Alter! Wenn Musik kommt, habe ich noch ein Leben, soviel habe ich schon gemerkt, also habe ich noch eins. Alter! 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 Hm, das war nochmal, naja, eine gute Mission, wo wir einen guten Rutsch durchgekriegt haben. Aber dieser eine Tailljäger, der war echt gut. So, Überfall auf Solust. Das wird unsere nächste Mission sein und unsere nächste Folge. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns, naja, auf Solust wieder. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge oder einem unserer anderen Projekte. Und nicht vergessen, bei den Next Heroes vorbeizuschauen. In der Videobeschreibung ist der Link zu deren Instagram-Seite. Also, macht's gut, bis dann und ciao. Bis zum nächsten Mal.